von von hier tobi das müsste perfekt 500 meter sein es ist auch einer zu deren base gerannt ich habe perfekten schuss auf den zementen mescher 515 ja das ist ein bisschen tiefer also noch ein bisschen weiter das reicht so wir müssen einfach nur ein bisschen über den kopf ziehen ok das kreuz 500 meter 7 check ich flanke jetzt zu meiner leuchte der gelie rennt hilden der gelie samt mich alter jetzt ist er genau dahinter ich kann aber schießen ich auch 321 feuer wir haben beide getroffen er muss nicht schießen erst kommt von hinten an die geschehen eingeschlagen das interesse ist ein stresser verblieben verblieben einer müsste da jetzt mal ein bisschen vorrücken das haus ist auch ich bin sehr an deren haus ich bin jetzt von renn rein und macht zu zu er hat er ist ja wir haben sich durch die schüsse ab über rechts rechts von der ms da ist er ist wie auch die sind darum warte mal nach stehen bleibt markt dann schmerz wo denn tobi recht weiter als man aber ist ganz richtig das habe ich ja der ist wie ich heiße Mann Junge wir müssen hier weg warte ne 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 schön da rennt ein bisschen wieder hin rennt ja alles klar mach 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 ich bin gleich dritten ich bin schön auf alle der ist sie willkommen zu uns aber das kann doch nichts das ist ja egal bist du drin ja da sagt mal drüben in der drüben Tobi wir müssen uns irgendwo verstecken der ist so wie der kommt über links jo der kommt in meine Richtung dass ich ich hab hier ein Problem eigentlich nimm M16 raus wo ist hier ne schöne Waffe für mich nirgendwo hier bleiben oder weiter weg ey wer baut der kann nicht bauen wir haben den gekillt der war noch zwei stück ne obwohl ja ja ich hab den zementmixer ich glaubt die an ihn runter genommen ich stehe mit der SOR wenn hier einer die Tür aufmacht ist er tot da läuft einer zum zementmixer lass ihn töten ich kann schießen warte warte wirst du wirst in eure Richtung ne ich kann nicht mit dem SOR nicht auf der schließen der ist wie das der versucht uns zu scouten Tobi wir müssen wir müssen irgendwo anders hin ne 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 kein marven ach ein schuss haben wir noch frei danach müssen wir erst posi wechseln der hat uns ja noch nicht gesehen ich komme jetzt auch ich bin jetzt bei den Nippelfeldern ich gehe auch posi ich hab mod und das problem ist eine haus ist ja aufgegangen ein haus ist aufgegangen das ist das von hero level 1 der ist am holz fällen direkt am haus schieß auf den SUV Mark kann ich auch auf den SUV schießen dann bleibst du ein paar erstmal im haus ja ja dann bleibst du mit der MK und wenn die Beine gebrochen hier ist ein haut auf und zu gegangen ab den gunner ab den gunner nice one hä Tobi ist tot der Typ auch gut ich komm wieder Tobi Tobi die die Hausreihe die zum Berg hinguckt ne also die ihre Eingänge zum Berg hat ja Mark liest du direkt am Wald an Knärtana da ganz links ich bin richtig nah dran an der Base achso links daneben ist ein Fundament ne ja äh Tobi ich bin ja auch hinter die Schiene ich hab jetzt Sicht auf links daneben ich bin ja auch ziemlich gut davor ist ein Fundament würde ich sagen oh einer ist rausgekommen jetzt die sind beide rausgekommen ich kann jetzt auch gleich schießen ich muss schießen wo genau oh Mark du bist neben mir hab ihn getroffen der ist in sein Haus reingegangen der Hero wer ist denn hier mit der DMR am schießen oder M24 das ist eine CZ man und jetzt pscht der Armut SUV kommt wieder von Solibor versteck dich irgendwo Tobi ist so Tobi oh mein Gott ich seh die oh mein Gott ich seh die oh mein Gott ich seh das SUV oh fuck man das ist nicht schön ich kann schießen mit meiner CZ auf den jungen Häuser aber man ich war ganz kurz davor jetzt weiß ich welches ist ja ich hab ich hab's gesehen ich hab den Typen einmal angeschossen das ist in der hinteren Reihe oder ne die sind reingefahren im Dinges im äh in ja was im nested Haus Gelände da sind die drin ey hier steht der UAC ich bin genau hinter dem UAC rechts von seiner Fahrerseite wo ist der SUV hin SUV warte wer ist jetzt am nested Haus Gelände wer ist da ich bin bei so einem Bild ich bin da ja Tobi ich seh dich ich seh dich wenn der Garner sich nochmal zeigt dann schieß ich ihn raus wo steht denn der SUV Mark weißt du wie weit das ist vom UAC bis zu deren Base nein ich schätze 400 Meter hab einen ok danke nice ich kann schießen der SUV fährt wieder ohne Gunner ja ja der fährt weg werd mal hinrushen ja ist jetzt einer in diesen Euro die machen jetzt Tobi die machen gleich garantiert das Haus auf welches ist das Mark sag mir welches Haus Mark ich hab hier auch sicht um ganz links Jungs die Reihe die zu Bern ja ganz links weiter die hintere Reihe aber einer ja die hintere Reihe es rennt grad noch einer zur Base es rennt grad einer zur Base ja ich 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 bin jetzt bei dem Bandithaus hier Mokka der ja ich seh dich Mokka ich seh dich Mokka ich seh dich Mokka zwei Häuser weiter zwei Häuser weiter in die Richtung noch ich hab perfekte Sicht auf den Eingang wenn da einer rauskommt hab ich ihn ja ich auch Tobi bist du der Hero Level ja ja ich bin zwei ich kann ausschießen kein Problem aber warte mal ich hab den Typen gerade hier aber seine Leiche ist nicht hier ja wegge-desinkt also ich hab ihn dabei ich hab ihn ange also in Kopf geschossen war das der Gunner ja der Gunner Level 3 äh Hero war das ey jetzt jetzt hört man bitte zu ist wichtig der eine Hero ist noch in seinem Haus drin das Haus das ich meine aber der ist grad zugegangen aber da ist noch ein anderer der ist nicht zugegangen er hat aufgemacht ja er ist raus er hat Hits kassiert ich geh rein ich geh in das Haus rein er ist am Bluten er hat er hat er hat er hat alles so vi Das ist das Witzige. Tobi, der Dexava, den du gekillt hast, aus dem Gunner, was war das für einer? Level 3er Hero war das, ich habe ihn nicht gesehen. Okay, das könnte unter Umständen jetzt der Level 2er Hero sein, ne? Okay, der ist da drin, der rennt da rum, ich sehe den nicht mehr. Hat der eine Woche? Ja, hat der. Ich glaube, der hat sogar... Ja, das siehst du sogar Level 2er Hero. Ja, ich sehe den auch. Ich sehe ihn immer da rumlaufen. Ist der in dem Gelände beim Nested House? Ja. Im Gelände, ja. Warum sehe ich den denn nicht? Boah, ich würde am liebsten so gerne. Mucke, Alter, beeil dich jetzt mit wiederkommen. Ja, ja. Ich sehe ihn aber auch nicht laufen. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Er ist am rechten, rechten Seite mal. Ja, jetzt, ja, ich sehe ihn. Guckt der weg, guckt der nicht zu dem Haus? Nein, der guckt Richtung Haus. Sag mir mal, wenn er nicht hinguckt. In einer freien Gelegenheit bin ich zu Bs gerannt und habe das G in Sicherheit gebracht. Danach bin ich wieder hingelaufen, um den Rest zu holen. Und dann... Schienen. Alle Schienen. Ey, Jungs, da hinten steht der SUV. Wo? Mit Bemannung? Ich... Nein, nein, der steht da rum, warte. Nee, Kevin, ich sehe dich gerade nicht. Aber ich habe die komplette... Tobi, du siehst den von hier. Warte, warte, warte. Ich habe hier eine bessere Waffe, Alter. Ich habe einen 240 hier. Kevin, ich bin mitten auf den Schienen jetzt. An dem UAZ, an den roten Bischen. Hast du einen Rucksack? Hast du einen Rucksack? Nein, habe ich nicht. Anderer da, Kevin? Tobi hat jetzt einen Rucksack. Ich habe einen Rucksack, aber der ist voll. Ich bin auch schon... Ich bin auch schon weg von der Base. Ich kann da nichts mehr machen. Ja, warte, ich komme zu dir. Du musst meinen Relog für Muni für mich machen. Ich habe fast keinen Schuss mehr. Luka, hast du den Rücken gekriegt? Ruhe, es kommt noch ein LKW, Leute. Er ist gekommen, oder was? Oh, ich bin getroffen. What the fuck, das hat ein R. Ey, kommt jetzt ein LKW. Ich bin aber... Ich denke, dass... Äh, Scrap, Scrap, Scrap. Der kommt auf die Straße zu unserer Base. Boris, du müsstest nach links rumflankieren. Nach links. Also, wenn du nach der Base guckst, du von Berg aus nach links, da bin ich hinter die Schienen jetzt bewusstlos. Ich bin nicht tot. Der schießt von Solibor aus. Wie bitte? Wenn ich von der Base zum Berg gucke, dann... Wenn du nach der Base guckst, vom Berg aus, links, Richtung Solibor musst du laufen. Da hinter die Schienen liege ich. Aber der kommt jetzt bestimmt hier hin und finisht mich. Wenn du nicht... Musst ganz schnell da hin und gucken, dass der ja nicht hinkommt. Ganz schnell. Also, du hast noch hinter der Scheune. Komm, Marc, Marc, ich gehe aber trotzdem drauf. Oh, mein Gott, ich habe so wenig Blut. Wohin, zum, zum. Scrap, ja. Let's go. Wer ist aber noch einer, ne? Fm4? Richtung Solibor. Ja, ja. Einfach an der Schienen liege. Wer ist Fm4? Ich glaube an den Schienen. Ich glaube an den Schienen. Ich schiene, wie bald Licht und Nested hauskauf. Lief da rein, ab du. Na, warte, ich komme auf. Warte, warte, ich bin jetzt gleich wach. Ich überlebe, dass er nicht schnell genug bin. Ich bin dran, warte. Problem ist, wenn der Kerl... Sind die Reifen schrott? Ja, klar, sonst wird er durchgefahren. Wo ist seine Leiche? Der sitzt drin, oder? Der sitzt drin. Oh, der hat nochmal vier, vier Reinforcing hier drin. Kevin, ich bin bei dir. Ich bin hinter dir. Warte, guck mal, ob du runterfahren kannst. Warte, warte, pass auf, ne, Maurice, das ist der nicht. Mein Schuss. Ich hab ne SWZ, ich bandage dich. Achtung, Leute, Leute. Du zuhören. Ich geh jetzt, Driver, du reparierst die Reifen. Anagier mich schnell, ganz schnell. Ich hab leider keinen Blackfrag dabei. Der ist voll der Scrapier. Warte, ich reparier ihm. Warte, gib Deckung. Mach mal Mutter aus. Ich geb dem Morphin, Kevin, oder brauchst du nicht? Ne, ne, hab ich nicht nötig. Ich muss nur... Okay, sag mal, wenn du wen siehst. Gib mal Deck, der mit dem Fall ist hinter uns, im Wald, müsste irgendwo einer sein. Da, ich steig aus. Ganz schnell Blut, weil der Kerl, der kann nicht nötigen. Oh, es leckt bei mir übelst. Ich hab ganz übel... Boah, was war das denn? Was zur Hölle? Okay, ich muss... Mach, du hast den, der hatte ich aber auch. Da hinten geht... Da. Ja, das war ein Zombie, aber... Ah, ich seh, warte, er kühlt da. Lass mich kurz ruhig, ich seh, da hinten, wer die Zombies da tötet. Warte, ich versuch. Das war ich. Das bin ich mit Hero Level 1, ne? Okay. Mit Makarov hast du die getötet? Ja, mit Makarov. Ich bin dann... Da unten rein noch ein Level 2 mit einer PPS. Oh. Hab ihn getroffen. Hab ihn. Der war genau vor dir. Danke. Nee, der andere ist, glaub ich, gekommen. Ey, geh mal nach vorne. Der war genau vor dir, alter. Alter, wenn ich jetzt noch ein weiteres kille, dann bin ich gleich hier, ey. Ah, nee, Bandit. Hab jetzt hier ein paar Jusen. Ja, wieso sind da? Ja, 5.000. Bei mir wär das eigentlich ziemlich egal. Ich hab mein 2 ausgebaut, eigentlich mehr bräuchte ich nicht. Okay, ich spawn jetzt nur. Alter, Schuss von hinten. Alter, was macht der mein Hund? G36. Runter. Ich schieß schon vorne. Ich kann ihn nicht sehen, Tobi. Warte. Der ist vorhin da hinterm Baum oder so. Kannst du mir hier irgendwie ein Bloodbag geben? Wenn ich einen hab, dann... Oh mein Gott, ich komm nicht im Server rein, ne? Du musst ein bisschen warten. Im Auto ist eins. Ja, Black Screen ist das auch mal. Hä, wieso stirbt der nicht? Na, Strahlschuss. Warte. Warte, Tobi, bleib stehen. Ah, mehr Schuss kann ich hier unten drücken, ganz ruhig. Oh, warte, jetzt bin ich im Vulkan drin auf einmal. Doch noch was. Tobi, wir sind da so... Oh, der SUV wurde umgefahren. Irgendwie, oder? Glaub ich. Was auf, geht da nicht so weiter. Joined your channel. Der ist ja irgendwo hinter dem Baum. LOL, von wo denn, Mann? Alter, ich hör die Schüsse. Ja, wir kommen aus der Stadt, Richtung Stadt, rote Scheune, so. Viel leider. Der ist an dem Baum. Ich bin tot. Warte, nee. User left your channel. Das gibt es nicht, Alter. Hier ist er, ja. Von wo, ich weh nix. Ja, ich hab Gewinn gemacht, bis wenn ich einmal... Geh nicht dahin, Tobi, da kann ich nicht treffen. Maurice, kannst du dich nicht weiter hier in Bewegung sitzen? Ich mach, ich such den schon, du Mongo. Der hat aber keine Zombie-Argo, der schießt mit SD-Max. Der schießt aber die ganze Zeit. Du musst doch hören, von wo der schießt. Kroko ist tot. Ja, das ist... Ja, Kroko ist doch die ganze Zeit in ETA. Ja, der hat sich mit mir angelegt. Der war beim SD-B Armored. Moritz, wo bist du? Na, Base. Ich hab jetzt den Armored aufgefüllt. Ich fahr jetzt irgendwo hin, muss mich bei der Nachschinen erst mal. Ey, Junge, komm mit... Komm mit deinen... Komm hier rüber. Mark, der muss noch mal schießen, dann weiß ich, wo der ist. Ich muss mich erst bei der Nachschinen. Wir sind... Moritz, wir sind in der Nähe von der Base von Sniper Squirrel und so. Da, wo wir letztens gecampt haben. Ich geh an der Waldgrenze entlang, lauf lange genug da lang, dann hörst du irgendwann Schüsse. Ja, ich muss hoffen, dass wir jetzt an der Base können. An der Base ist niemand, Mann. Ja, Moritz hat ja gesagt, hier wäre einer hingekauft. Na, ganz ehrlich, Alter. Ich glaub, der ist an der Tanke irgendwo. Nein, Mann, der ist... Ich seh ihn, ganz ruhig. Wo war er? Ist, glaub ich, tot. Wo war er? Ist tot. Auf dem offenen Feld, ihr seht doch, diesen riesen Güllehaufen an der Seite, oder? Ach, da war der... Rechts davon, auf dem Feld, lag der ganz offen. Ey, war der das? War der der mit G36? Ja, war der zu 100%. Ich kann leider nicht ihn looten, weil ihr müsst den ausnehmen. Lass du durch die Tannen rein? Ja, ja. Mit so einem Agro? Ich bin bei der Base. Ich hab ein Problem. Ich bin einer Base, aber jetzt ist es so. Nein, bei den Gegnern. Ja, zu dir, ich muss erst in den Server rein kommen, ich bin nur immer nicht drin. Moka, ich glaub, bei denen ist jemand, da hat, glaub ich, grad einer mit Maka aufgeschossen. Ich hab jetzt den SUV-Ram. Ich fahr da mit jetzt rum, ne? Maka, kannst du irgendwie... Fährst du grad zur Base, Moka? Ja, ich hab den SUV-Ram und es gibt keinen anderen mehr. Wir haben zwei Stücke. Du kannst uns hier abholen, wir sind nicht beim Scrap-APC. Äh, der Scrap-APC wurde repariert, ne? Wir haben den. Sag ein. Mach das Ding leer. Oh, ich nehm auch mal... Habt ihr die ganzen Leichen beim Ding gemutet? Lass mich die Tools mitnehmen. Wow, ich bin endlich bei den Zahlen. Schön. Lass mich die Tools mitnehmen. Oh, der hat keine Tools. Ja, alle Leichen sind gelootet, die bei der Base sind. Ja, nur meine Leichen. Wir haben zwei Häuser fast leergeräumt, Alter. Ja. Ja, das für ein Force und so hab ich jetzt von dem einen auch noch mit, ne? Da kommt einer, da kommt einer, ist das Moka? Äh, ich hab SUV Armour, ich steh bei so ner Leiche hier vor der Scrap-APC. Ja, ja, das ist ein Zombies. Go, rein hier. Ja, da rein. Alter, Jungs. Bist du wieder hier Level 3, Tobi? Ich bin Bandit Level 3. Ja, mein ich... Du hast ihn gar nicht. Ja, jetzt erst mal zu Kevins Leiche, oder? Ja, ja. Ja, bitte, nehm mal alles mit. Da hinten, da hinten rennt einer vor uns links. Vor uns links? Wo? Da in einer Scheune an der Scheune. Ne, an den Tannen. Der läuft geduckt. Der legt sich da hin. Können, ich... Ich glaub, hier sitzt. Da ist er, ich seh ihn. Warte. Da hat ne Saw. Wirklich? Ja. Saw und so'n kleinen Old Backpack. Oh, cool. Ja, ich möchte den Old Backpack haben. Oder soll ich versuch, den umzufahren? Weit weg, Tobi? Ja, geht. Du fährst genau da hin, Moka. Ja, ich seh, ich weiß. Ach, Dita. Soll ich mal gucken, ob ich den hier umfangen kann? Ja, ne, ne, fahr da so'n bisschen, warte. Warte. Wird auf die Erinnerungssnächte erlassen. Da ist er, rechts in der Tür. Oh, ich bin ziemlich gut gespawnt, okay. Wer hat den MGS, irgendwie? Welches ist bereit so rüber? Ja. Was der? Oh, oh. Warte, ich sag mal, was aufwärts. Ja, ich, ich, ich brauch die Säule davon. Oh, er hat jetzt Knochen. Lol, warum hab ich... Tobi, ich geb dir, ich hab noch viel. Ja, zu spät, ich mach schon, ich mach schon, ich mach schon. Ah, okay. Lol, ich, weil, das, das war ein Dings, ein, äh, ein Survivor. Jetzt bist du wieder bei Endlevels. Du brauchst ne PKP? PKM. PKP gibt's jetzt nicht. Boah, ich, also, ich mach eigentlich, ich fall zu base.